So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Narka Blade Point. Ich muss immer kurz gucken, wie das Spiel heißt. Ich muss persönlich sagen, ich habe sehr viel Anime geguckt. Ich kann mir auch Namen von Dingen merken, die schwer auszusprechen sind. Oder allgemein keinen Sinn ergeben. Aber bei dem Spiel, keine Ahnung. Jagentor aktualisiert in 19 Sekunden. Oh, oh yes. Ich mag das viel. Das hat unser Name all over it. Das hat unser Name all over it. Genau, Ebony one, also anyone. Was soll das heißen? Hübscher Doppelsprung. Da, Früchte. Lecker. Das hat jetzt gewirkt, oder? Ja, man. Sieben Punkt zwei. Haben wir Zeit für sowas? Jo, haben wir. Oh, 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 oh. Ups. Wir sind tot. Komm, ess die Dinge. Waffe raus. Ein Schuss. Oh man, das ist ja alles gewesen. Egal. No good deed goes unpunished. Held ihr all? Lol, lol. Sneaky bot, alter. Das sind keine Bots, ne? Sind das Bots? Oh. So, du wirst mal repariert. Ich muss sagen, das Ding hat übelst gecarried. Das macht 300 Schaden pro Hit. Da kann man schon Leute weg. Äh, weg. Ja, wegknallen mit. Warum haben wir so ein Zeichen? Sind wir krass? Oder will der, dass wir das Ding hier... Ne, Gott. Beschütze Railcone. Oh, lol. Die sollen mich beschützen. Wir haben hier alles weggekillt, Mann. Wir sind der VIP. Hätte ich das gewusst, wäre ich viel eher. Wäre ich viel defensiver. Ach, das war nur eine Quest. Moose, die Schaffers sind die Top 10. Was macht ein G-Cho, ey? Warte mal, wir essen mal. Also das Alchemie-Ding, das zählt nicht für die... Für das Heilfood, ne? Ganz klar. Ja, wir sind ja eh auf Max. Oh, oh, Team. Lauf nicht so weit weg von mir. Aber mir ist aufgefallen... Wir kassieren jetzt irgendwie viel mehr Damage. Kann das sein? Oder so. Der erste Charakter, also sie. Ich finde sie mega geil. Die war voll okay. Hatte ich das Gefühl. Oh, Legendary. Oh, oh, ja. Ich mag das viel. Ne, was laberst du? Das brauchen wir noch gar nicht. Leute, was labert die? Da, der starb, Junge. Zeit, um zu schmerzen. Wir haben jetzt auch die Ulti nicht so oft ausprobiert. Geil. Sollte ich das auch machen? Alter, wie die da mit Leichtigkeit hochklettert. Junge. Da, ein Gegner. Ich bin der Jäger. Oh, er hat auch... Das macht so keinen Sinn. Korba stirbt. Oh, wir sind gestunnt, aber wir sind um. Scheiße. Wir müssen Korba retten. Ne, die killen uns. Wir rennen weg. Schade. Das erste Mal, dass die Bots uns ergreifen. Korba hat... Ja, Korba ist down. Das ist das erste Mal, dass die Bots uns ergreifen. Ich muss sagen, ich durfte da nicht am Baum chillen. Ich habe zwar jetzt Damage gemacht, ja. Nicht wenig. Aber das war auf jeden Fall dumm. Dann... Ich kann versuchen, die wegzuhütten. Ja. Dem denn noch andere Teams? Ich weiß halt nicht. Gott. Alleine schaffe ich das nicht. Der sieht mich nicht. Ja gut, wenn er mich nicht sieht, dann... Dann renne ich einfach weiter. Oder der wollte, dass ich keinen wiederbelebe. Oh, lol. Sowas kannst du. Wow. Kann ich irgendwie mein Team wiederbeleben? Da ist eine Blüte. Wofür steht das? Ist das zum Wiederbeleben? Die sind halt direkt hinter mir. Ja, gegen zwei komme ich nicht an. Und wer sagte, du kannst mit Hilfe nicht kaufen? Sie werden mich nie kommen sehen. Nein, das war's. Schade. Das waren starke Bots. Nee, das sind keine Bots, ne? Glory is yours. Ja. Kills haben wir zwei. Ja, das Problem war die Waffe. Ich muss sagen, die Schusswaffe... Die ist schon gut. Aber nicht, wenn... Wenn das Team einfach vorrushed. Das Ding ist halt... Wenn ich noch hätte mitgetankt... Dann wär's besser gelaufen, find ich. Zwei tanken zu lassen und dass einer dann hinten steht und schießt... Das klappt nie, Leute. Das hat auch nie geklappt. In irgendeinem Spiel. Nicht in MOBAs, in gar keinem Spiel. Weil wir gehen hier davon aus, dass jeder nur... Ja, also dass jeder denselben Schaden hat, ja? Jeder macht halt 300 Damage. Und nicht irgendwie der... Also... Ich mach halt keine 5000 Damage. Wie es halt hätte eigentlich sein sollen, wenn man jetzt als Fernkämpfer spielt. Macht natürlich keinen Sinn, ne? Wir spielen ja hier keine League of Legends. Die Werte sind jetzt auch ein bisschen... Da müsste man ein 0 wegmachen, damit es passen. Die Nahkämpfer, die machen so 30 Damage. Und der ADC macht 500. Das wäre in die League of Legends. Gell, ne? Ungefähr so. Wir nehmen auf jeden Fall nächstes Mal zwei Nahkampfwaffen mit. Auch wenn die Verkampfwaffe jetzt gut war. Weil ich darf das nicht so zulassen, dass das Team... ... so viel Damage schluckt. Ich musste auch ein bisschen was abbekommen von dem Damage. Jetzt, dass wir Partner sind. Was ist yours, ist mine, richtig? Always look on the... Does this mean I have to share whatever... Tarka! The loyal drunk! So, als nächstes probieren wir Tarka und G aus. So, aussehen. Okay, wir können den Aussehen ändern. Ich finde, das passt eher zu der Frisur. Dann nehmen wir mal das hier. Oh, ne, nicht bearbeiten. Als neue Daten speichern. ABC, irgendwas. Ach, Mist. Es hat gehangen. Das bedeutet, dass ich das, was wir gewinnen müssen? Ne, ich spiele dich nämlich gar nicht. Wer will diesen Fisch auf deiner Seite? Trust mir! So, Jasmine und Belkos sind im Team. So, Jasmine und Belkos sind im Team. Ich spiele ein Match von Schattenwolke. Ich schließe zwei Beliege Matches ab. Das ist die heutige Quest. Die schaffe ich heute gar nicht. Ich spiele ein Match von Schattenwolke. Ich schließe zwei Beliege Matches ab. Äh. Wir haben doch schon drei abgeschlossen. Also, waren die ersten zwei gegen Bots? Äh. Litt ich? Ja, F5. Gut, dass der mich eingeladen hat. Ansonsten wäre ich ganz allein. Und wäre gestorben. So, Jasmine war zwölfmal Top 5. Belkos war neunmal. Ich war dreimal. Bei drei Matches. Läuft auf jeden Fall. Heißt, bei... Beim hundertsten Match haben wir schon die 100 voll. Wenn es so weitergeht natürlich. Sehr optimistisch, ne? Optimismus ist gut. Optimismus war schon immer gut. Gut angebracht. Zack. So, wir haben alles weggelootet. Nein, du Affe. Oh lol, hast du den Stab schon klettert, er? Weg da. Oh, das ist ein Speer. Egal. Da ein Stab. Großschwert. Oh. Not bad, der Speer. Das Ding ist halt, wenn jetzt ein Team kommt. Kein Feind in Sicht. Oh. Damit kann man... Kann man... Kann man damit irgendwie die Gegend scouten? Hallo, Jasmine. Da wundern wir viel zu viel. Wir brauchen Waffenkoffer. Das Ding ist halt auch schön, wenn das Team was machen würde. Wollen wir irgendwie zu ihm laufen? Kill-Anführer. Das Script ist der Neuanführer. Was denn? Schau mal an das! Was denn? Deutsch markiert. Sicher Deutsch. Hilfe, wer ist denn hier so laut? Er hat auch nur... ...4 Slots. Von den Seelenjahre-Taschen. Okay, was macht das? Interessanter Kill-Skill. Just an der Rei. Jetzt nicht so laut.